Narzissten sind auch beziehungsunfähig. Das ist tatsächlich ein Trugschluss. Auch mit narzisstischen Menschen kann man Beziehungen, vielleicht sogar wunderbare Beziehungen führen. Man muss nur wissen, wie. Mein Name ist Mal Albert, ich bin Beziehungscoach, Date-Doktor seit über 20 Jahren mit dem ganzen Team am Telefon und Ex-Rück, Friendzone, all solche Sachen. Und natürlich auch toxische Beziehungen und Umgang mit Narzissten. Großes Thema bei uns. Und deshalb auch sehr viele Erfahrungen, die ich gerne mit euch teilen möchte zu dem Thema funktionierende, funktionierende Beziehung mit einer narzisstischen Persönlichkeit. Was passiert da in einer Beziehung mit einem Narzissten? Und welche Fehler werden sehr gerne gemacht, auf die du achten musst, die es noch schlimmer machen? Und natürlich erkläre ich dir anschließend, wie du es konkret besser machen kannst. Mein Lieblingstipp, wieder ganz am Ende, damit du dabei bleibst. Wir verlaufen Beziehungen mit Narzissten oft. Am Anfang gibt der Narzisst Vollgas, so dass es dir schon fast zu viel ist. Vielleicht willst du die Beziehung erst gar nicht. Und was macht er? Er jagt dir hinterher. Und dieses Hinterherjagen gibt vielen das Gefühl, okay, der meint das ernst. Aber wenn ihr dann zusammen seid, wird er immer nachlässiger. Und zwar, jede Beziehung kommt ein bisschen runter mit einem narzisstischen Partner. Ist es allerdings steiler, wie es dann runtergeht. Und auch wenn es sich einschleicht, man merkt ganz klar so Stufen, wo es dann wieder weggebrochen ist. Und während du dann teilweise die Beziehung willst, die ganz normale Beziehung, die du am Anfang hattest, bist du plötzlich der Mehrwoller, der viel zu viel will, weil er im Vergleich weniger will. Und es kann sogar passieren, dass er und sie dann auslich wird, gemein wird, fies wird und dich anfangen klein zu machen. Warum? Weil du dann teilweise aus ihrer Sicht nervst oder leicht manipulierbar bist oder so gefühlsdurch bist. Zum Ende bist du teilweise emotional abhängig. Und die kleinsten Zeichen, dass er oder sie dich mag, machen dich total happy. Und in anderen Momenten bist du eher traurig, weil dir die wahre Liebe Wärme fehlt. Und gerade wenn es um Narzissen geht, teile dieses Video mit anderen Betroffenen und warne andere, indem du dieses Video gerne mit einem Like versiehst, dass es leichter bei YouTube gefunden werden kann. Denn nicht immer ist alles so schlimm, dass man fliehen muss. Manchmal ja, dann wäre gut, du kommst raus. Manchmal ist es wichtig, dass du dich fallen gehst. Und deswegen dieses Video. Muss es nämlich immer genauso schwarz laufen wie am Anfang beschrieben, dass es am Schluss runter geht, bis du fertig gemacht wirst? Nein. Eine Beziehung mit einer narzisstischen Persönlichkeit kann auch besser ausgehen. Aber du musst dabei sehr aufmerksam bleiben. Vorneweg fangen wir an, habe im Hinterkopf, dass narzisstische Persönlichkeiten nicht mit Absicht böse sind, sondern es ein Verarbeitungsmuster aus der Kindheit ist, sehr häufig. Und du musst deswegen sein oder ihre Verhaltensweisen im Grunde genommen so ein bisschen durchschauen, eine Toleranz dafür entwickeln, aber vor allen Dingen nicht darüber stolpern. Es geht also darum, dass du in deinem Kopf, und damit sind wir mitten schon im ersten Tipp, so eine Waage hast von Verständnis, wo man mal nachgibt, und Selbstbehauptung, Grenzen setzen, wo du einfach auch dafür sorgst, dass du nicht unter die Räder gerätst und die narzisstische Partnerpersönlichkeit auf der anderen Seite eben auch weiß, dort ist eine Grenze. Und dann kannst du tatsächlich eine durchaus schöne Beziehung mit einer narzisstischen Persönlichkeit führen. Wir müssen also die typischen Dynamiken kennen. Und natürlich, was haben wir da? Manchmal vergisst der Narzisst völlig, dass er im Unrecht ist und du recht hast und versucht, das umzudrehen. Gaslighting. Hier ist wichtig, klar zu sagen, stopp, ich sehe es anders, mein Bauchgefühl sagt was anderes und dazu stehe ich. Und das nicht nur einmal im Gespräch, bis du plattgewalzt wirst, sondern immer wieder einfach, bis die Walze aufhört, dich platzwalzen zu wollen. Tatsächlich ist das möglich. Auch diese Manipulationen, die da immer wieder in eine Richtung gestartet werden, um dich vorzuspannen und was machen zu lassen, kann man abprallen lassen, wenn die Beziehung ansonsten gut ist. Wenn die Beziehung nämlich ansonsten gut ist, funktioniert es auch, dass er, sie sich etwas abgewöhnt, das ständig mit dir versuchen zu wollen, weil du eben diese wachsame Art hast. Schau dir deswegen auch die anderen narzisstischen Videos, schau dir deswegen auch die anderen Videos von mir zu Narzissmus an, höre dir eventuell meinen Podcast an. Wichtig, du willst sehr wach sein, dafür brauchst du Know-how. Weiterer wichtiger Punkt, häufig dreht der Narzisst Dinge um. Ihr habt euch verabredet, da heißt es, nein, du hast doch gar nicht zugesagt. Wir wollten was so und so machen. Was? Ich dachte vielleicht, aber es war nicht ganz klar das. Hier hilft schriftlich Vereinbarung. Und denke nicht, dass das was Schlimmes ist. Es gibt übrigens im Leben einen ganz berühmten Abschnitt, bei dem sehr viel schriftlich vereinbart wird. Hausaufgaben von Schülern. Kinder vergessen einfach ihre Hausaufgaben, deswegen gibt es das berühmte Hausaufgabenheftchen. Wenn du jetzt denkst, wo bin ich im Kindergarten? Ich glaube, wir Menschen sind immer irgendwie noch irgendwo im Kindergarten. Außerdem haben wir gerade gesagt, Schule und nicht Kindergarten. Deswegen gibt es Vereinbarungen, sowas wie, wir machen Urlaub so, oder wir fangen dann dort und dort an, dann tragt es in den Kalender ein, da steht dann 17.45 Uhr, Abfahrt zum Geburtstag, 13.06. Start, Urlaub, so und so viel Uhr, Plan, das, das, das mitnehmen, Zwischenstopp dort und dort und dort. Wenn es dann zum Streit kommt, kannst du sagen, pass mal auf, ich habe das hier in den Kalender reingeschrieben, du weißt, das haben wir erst reingeschrieben, du hast okay gesagt, ah stimmt, okay, okay. Das ist tatsächlich manchmal das Beste, weil jetzt gibt es nichts mehr, wo er dich oder sie dich umdrehen kann, außer zuzugeben, dass es ihr leider runtergefahren ist. Auch hilft es. Nächster Punkt, dass wenn du in härtere Emotionen kommst, in unangenehmen Emotionen, dass du, bevor du dich mit ihm oder ihr unterhältst, erstmal einen Moment innehältst. Versuche ein Gefühl dafür zu bekommen, wo du wirklich stehst. Lass dich nicht von dem Narzissten reinsaugen, nachzuspringen, sondern geh einen Schritt rückwärts und denke dir, muss ich mir das wirklich gefallen lassen? Komm kurz zu dir. Nichts anderes machen wir auch am Telefon, teilweise hilft das am Telefon, dass wir helfen, hey, mal einen Schritt rückwärts. Musst du es gefallen lassen? Und viele kommen dann im Gespräch, im Coaching zu der Einsicht, auch mit den Feedbacks, die wir teilweise nochmal geben, weil wir natürlich nochmal ein anderes, tieferes Feedback geben können, festzustellen, stimmt, das geht in die falsche Richtung. Das lasse ich erstmal einsacken, bis ich das so richtig spüre. Und dann komme ich rum und bin dann nämlich auch wesentlich klarer und schärfer, weil interessanterweise, narzisstische Persönlichkeiten sind keine starken Persönlichkeiten, sie sind nur unglaublich getrieben. Wenn du aber hier eine Mauer hast und er ist nur getrieben, aber nicht stark, kommt ihr teilweise relativ schnell zu einem Ergebnis, was auch in deinem Sinne ist, im Sinne der Familie. Deswegen kommen wir zum nächsten Punkt. Immer wieder müssen wir verstehen, egal wie schön und shiny sie oder er ist, sich so viel Mühe gibt, oder es ihr gerade so schlecht geht und sie in ihrem Opfer hängt, egal was es ist. Wir müssen sie ab und zu vom Podest holen und wissen, das sind Persönlichkeiten, die noch manchmal ein bisschen kindliches, egoistisches Falschen zeigen. Das ist in Ordnung, aber es ist kein Grund, sie dafür zu bewundern. Das heißt, ab und zu hole ich sie vom Podest runter und denke mir, du, wenn du hier weiter so rumspinnst, dann lassen wir es lieber. Narzisstische Persönlichkeiten haben groß Angst davor, dass du einfach mit ihnen Schluss machst, weil das wäre für sie der totale Beweis ihrer Unfähigkeit und wie klein sie in Wirklichkeit sind. Das heißt, solche Drohungen funktionieren, auch wenn die mal nötig sind. Übrigens, lasse gerne ein Like da, wenn irgendwas Neues dabei war, etwas, was dir hilft, dich inspiriert und unbedingt Kanal abonnieren jetzt, Glocke aktivieren. Du willst keine weiteren Videos verpassen und vor allen Dingen in deinem Wissen weiter wachsen, um, was unser Traum für dich ist, was mein Traum für dich ist, dir zu helfen, ganz aktiv Beziehungen so zu gestalten, dass sie glücklicher sind, weil du das verdient hast. Deswegen Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Weiter zum nächsten und zum letzten Tipp, der für mich einer der wichtigsten ist. Narzissen sind teils für mich wie Slalomfahrer. Es geht hin und her. Ach, du bist so toll, ach, alles so schlimm. Ach, du bist so toll, alles so schlimm. Oder ich will mehr von dir. Nee, eigentlich störst du mich. Ich will mehr von dir. Achte mal auf diese Slalom-Linie. Was brauche ich hier von dir für eure Beziehung, für eure gute Beziehung? Ich brauche, dass du konsequent bist. Konsequent heißt, du hältst an den Punkten fest. Hattet ihr jeden Dienstag eure Date-Night, dann haltet daran fest, das ist konsequent. Hattet ihr gesagt, dass er, dass sie bestimmte Sachen mitmacht, dann warte, dann sag hier, das machen wir, bleib konsequent. Zieh die Sachen, die wir hier in dem Video besprochen haben, schau es dir notfalls nochmal an, ganz konsequent durch. Nicht nur für einen Monat, sondern sieh dich einfach, die gesamte Beziehung, auf diese Dinge zu achten. Konsequenz hat eine unglaubliche Ausstrahlung, weil narzisstische Persönlichkeiten viel schwächer darer sind, konsequent zu sein, weil ihre Emotionen sie viel mehr hin und her bringen, was sie gerade wollen und nicht wollen und was gerade ganz toll ist oder total schlecht ist. Du hältst die Linie. Du weißt, was du magst und nicht magst. Du weißt, wie die Beziehung aussehen sollte und wie nicht. Und bist daran konsequent. Ganz häufig ist es dann so, dass die narzisstische Persönlichkeit dich zuerst herausfordert. Willst du das wirklich? Meinst du das wirklich so? Hältst du die Linie? Muss ich wirklich immer pünktlich sein? Muss ich da immer mitgehen? Und später, wenn man sagen wird, danke, danke, dass du dafür gesorgt hast, dass ich bei den entsprechenden Meetings dabei war, dass wir die Sachen gemacht haben, die Urlaube durchgezogen haben, etc., etc. Sie werden dich später sogar noch vor anderen, sie werden später sogar noch vor anderen dir Applaus spenden, weil du der starke Faktor in ihrem Leben warst. Nichts anderes wünsche ich dir. Wenn du irgendwo hakst und hängst, hol dir Hilfe, date.dr.malen.de slash Buchung, hol dir einfach ein Coaching. Wir schauen immer, so schnell wie möglich, für dich Zeit zu haben. Und ansonsten, schreib gerne deine Erfahrung mit Narzissen in die Kommentare. Wir sind sehr gespannt und arbeiten auch regelmäßig ab. Und wisse, es ist möglich, dass du eine noch bessere Beziehung mit einer narzisstischen Persönlichkeit führen kannst.